Ich bin gestern angekommen und das Aure hat schon eigenen Flair in Östersund. Sieht schon überall das Audi und Aure und ja, voll cool, dass ich da bin. Ich war heute schon auf der Pisten, hab trainiert und werde auch die nächsten zwei Tage noch trainieren. Dann werde ich noch einen Pausetag haben, am Freitag noch mal einfahren und am Samstag ist ein neues Rennen. Ja, sicher so lange an dem Rennort wie sonst nirgends, aber ja, ist doch schön, weil man sieht auch andere Nationen und ich werde sicher auch in dem Event morgen zuschauen gehen und ich freue mich drauf. Hören tut man halt meistens dann im Fernsehen und sieht man die Bilder und ja, da will man schon mal selber dabei sein und dass ich dann jetzt da selber sein darf, ja, ist schon mega schön.